Guten Abend, jetzt machen wir mal einen kleinen Rundgang hier durch das Schloss Gärden. So, das sieht ziemlich alt aus hier. Hier sind die alten Balken, denn wir befinden uns ja hier im Obergeschoss. Hier befinden wir uns jetzt in der ersten Etorange des Schlosses und wir gehen mal die Treppen hinunter. Hallo, hier ist das Kaminzimmer. Und jetzt geht es direkt hier in den Weinköller. Der Weinköller ist nicht ganz fertig. Wir haben einen öptischen Kamin. Und hier werden wir mal ein Fokuss in den Stadtfiguren. Das ist das Restaurant, der Kursgang. Damit sie auch treffen. Und hier sind die verschiedenen Zimmer, wo Feierlichkeiten stattfinden können. Und jetzt gehen wir mal eine Etage her. Hier hat der Schwiegschirm gezeigt, bei der Boden die Bibliothek. Hier können wir uns ja auch zurückziehen. So, das war ein kurzer Rundgang hier durch das Schloss. Da wünschst du uns noch einen schönen Abend und einen guten Wunsch ins neue Jahr.